Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade mein Mikrofon irgendwo hingestellt, wo es nicht sein sollte. Heute spielen wir mit dem Wettbewerb auf dem Bergwerk. Ich bin Team Gelb. Und ich lass mal was. Ah Gott. Ich habe nämlich den ganzen Tag noch nichts vergessen. Und jetzt gehe ich in die Mitte. Ich bin Team Smurf. Auf jeden Fall Nice. Spurt. Der Spurt. Ich drücke auch Shift verdammte Axt. Sind die ersten Normen. Also. Au. Nein. Was ist denn? Hatte ich zu wenig Leben. Gut dann würde ich mir mal zwei Stacks wirkern. Eine Spitzsacke. Ein Knockback Stick. Und dann noch den Rest Essen. Ah ich gucke mir den Bogen. Den hole ich mir jetzt den Bogen. So verständlich oder? Nö. Nö. Und mit kriegst du keine Blöcke. Mate. Scheiße. Hat aber viel Schaden gemacht. Hey Mate. Hey Mate. Hallo. Ich bin Gold. Kommt. Kommt mal Gold. Kommt mal Gold. Okay. Ich bin Gold. Jetzt wirst ihr überbauen. Okay, wartet Leute. So, da sieht mich keiner hier unten. Oh, ich brauche ein Gold noch. Oh Gott, ich bin drin. Gut, ich gehe zu Smurf. Ich habe mich jetzt auch bei zweimal Top YouTuber geworben. Wenn ich vorgestellt werde, verlinke ich den Kanal oben rechts. Oh, ganz toll. Gigi. Die war schon fast bei uns. Ich drücke doch verdammt nochmal Shift. Das wird passieren. Guten Tag. Okay. Okay. Wow, Gott. Gott, Kacke. Dann würde ich mal sagen, die Runde ist gleich vorbei. Uh, Eisen. Ich glaube, will ich zulässt da mein Mail in Ruhe und geht auf mich? Okay. Ops. Was ist das Marrond? Nice. Forte. ohne waffe was mich ja nicht ran bildet ja so sterbe ich die ganze zeit so 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 Ciao. Hey Leute, wir kommen zum zweiten Part von dieser Bettwurst-Runde. Den ersten Part, den verlinke ich auch unten in der Beschreibung und oben rechts. Scheiße. Hier, da kommt jemand. Da kommt jemand. Scheiße. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich hab hier so viel Gold. Oh Gott. Wo ist mein Weg, wo ist mein Weg, wo ist mein Weg. Ich glaub, das war mein Weg, oder? Nein, das ist grün. Wo ist gelb dann? Gelb, gelb. Wo ist mein Weg zu gelb? Oh, ich will nicht sterben. Mein Bett ist schon weg. Oh Gott, nein. 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 Halt ab. Nein. Nein. Leute, das war's mit dieser Folge. Lasst ein Like und ein Abo. Da schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und... Oh. Ja. Vielen Dank.